Hast du schon gehört? US-Rapper Snoop Dogg hat in Amsterdam einen Coffeeshop eröffnet. Snoop ist in Europa mit seinem ersten Coffeeshop an den Start gegangen. Und das Ganze natürlich in Amsterdam. Der Brandname Sweet steht für Smoke Weed Every Day. Hundestatuen, West Coast Zeichen und im Hintergrund laufen Musikvideos von Snoop Dogg. Gemanagt wird das Ganze von dem Sohn des Rappers. Ob man Snoop Dogg vor Ort auch mal antreffen kann? Eher unwahrscheinlich. Die genaue Adresse von dem Coffeeshop von Snoop Dogg haben wir dir hier nochmal eingeblendet. Du warst schon in dem Store? Schreib uns deine Erfahrung hier in die Comments. Light it up in 5, 4, 3, 2, 1 Für mehr Rap News, mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.